Moin, ich bin Valentin Felder und ich arbeite seit nun acht Jahren an einem Stop-Motion-Animationsfilm im Steampunk-Stil. Stop-Motion-Animation ist für mich die perfekte Verbindung aus Kunst und Handwerk. Und bei so einem Projekt gibt es wahnsinnig viele Miniaturen zu bauen, seien es die Kulissen, die Requisiten oder die Figuren selbst. Und im Livestream werde ich genau das machen. Ich werde eine mechanische Miniaturhand aus Messing fertigen. Natürlich voll beweglich. Das Ganze wird es am 30.05. um 15 Uhr im Q&Art-Livestream der Medienwerkstatt Leipzig zu sehen geben. Auf YouTube und Twitch. Links dazu und auch mehr Infos zu meinem Projekt gibt es irgendwo hier oder in der Beschreibung. Irgendwo gibt es das. Bis zum nächsten Mal. sayinium Bis zum nächsten Mal.